hallo und herzlich willkommen liebe freunde zu einem neuen youtube video ja es ist wieder soweit world of tanks bringt einen neuen premium panzer raus was ich bis jetzt gehört habe kann ich einfach mal kurz so ein bisschen vorlesen zu dem panzer also ist ein krepp tank butter lahm time genauigkeit useless diese ganze nachlade mechanik ist doch dumm andere sagen keine ahnung was sie mit dem panzer wollen eigentlich nur schwach sind ob das so ist werden wir heute schauen im video habt ihr vielleicht auch schon am titel gelesen aber liebe freunde ich denke wir starten jetzt rein ich habe mir eine crew hier schnell zusammengesucht es gibt ja bis jetzt noch keine italienischen heavy tanks die kommen erst ja in zukunft neuer 10er neuer baum wurde angekündigt und das kann natürlich dafür genutzt werden um schon mal eine crew zu trainieren das heißt wir machen die schnellausbildung rein und alle xp die wir mit dem panzer farmen bekommt praktisch hier die crew zudem habe ich ausgerüstet die lüftung den verbesserten drehmechanismus und den stabilisator deswegen auch so ein bisschen auf das feedback von den anderen ccs die den panzer schon gespielt haben dass das ding relativ scheiße ist mit zug auf eben habe ich da versucht ein bisschen zu verbessern dann halb halb munition und ganz normales verbrauchsgüter setup so und wie diese nachlademechanik funktioniert ich habe selber noch keinen plan hier sehen wir das also irgendwie haben wir ein ladeautomat geschützt aber es ist wohl so dass man teilweise nennt schuss erlebt und manchmal nicht aber wie das ganze funktioniert keine ahnung werden wir uns das anschauen tut mir leid wenn ich so nicht weiß finden wir jetzt raus würde ich sagen erst eine random ab dafür gehen wir mal rein generell wie gesagt achter premium panzer wo wasser kosten wie wo wird kann ich zum jetzigen zeitpunkt noch nicht sagen aktuell ist es der vierte zwölfte wo wir das video hier aufnehmen und da kann ich euch leider noch nichts zu sagen ob dieser panzer wie und als was der panzer hier verkauft wird generell gucken wir uns aber mal die gun an die hat 360 average damage und hat eine mittlere durchschlagskraft von 218 im vergleich zu dem neuen prämen der jetzt rausgekommen ist der medium ist es deutlich weniger mit der heat hat er 270 fluggeschwindigkeit haben wir hier 100 also 1.155 meter was durchschnittlich gut ist und die heat ist saulangsam 800 meter die sekunde ist schon wirklich wirklich sehr langsam ob er jetzt langsam ist oder nicht schauen wir mal der turm können wir uns gleich vielleicht auch mal in dem angucken aber der sollte relativ teilweise gut gepanzert sein hieß es am anfang dann ja die pennen mich doch schon ganz gut aber was wir jetzt auch so auf jeden fall sehen können der hat eine gute gun depression das ding hier der kommt weit nach unten das funktioniert schon mal gut und jetzt achten wir mal drauf hier wie lange die nächste granate lädt die letzte granate ok also es ist wie gehabt bei den italienern so bis jetzt umso mehr granaten im clip habt umso einfacher könnt ihr oder umso schneller ladet ihr vor allen dingen auch nach es ist ein heavy tank der auch sich erst mal wie ein heavy tank anfühlt 40 km h und cdc den haben wir auch schon ganz lange nicht mehr gesehen und geht er raus ja er geht raus perfekt dann können wir ihn benutzen als shield dann lass mich doch mal hin mensch na gut mach was du willst fv ach du bist ein kunde deinem fv hier lass mich doch mal da vorbei nimm das fack doch mal so guck an hier schieb das doch mal so schön hier hin da können wir uns doch beide hinstellen so jetzt habe ich nämlich hier in optimalen halter und jetzt stehe ich nämlich hier zack guck an hier so da haben wir ein ism dadurch dass wir wenig durchschlag haben haben wir natürlich auch auf distanz und auf schwer gepanzerte fahrzeuge es schwer haben die zu penetrieren ja betroffen hat er zwar aber das war es auch schon also genauigkeit ist nicht unbedingt seine stärke ja der turm wir haben uns jetzt noch mal ein ticken hochgebockt das sieht ja erstmal ganz gut aus dass hier der turm relativ bouncy und abprall mäßig ist lassen wir jetzt erstmal ganz entspannt hier schüsse nachladen früher so als hätte ich keinen schuss oh da war die erste zoom mit heat die durchgekommen ist ein bisschen hochwinkeln und er ist auch gepennt dann geben wir den jetzt doch nochmal ein hier der ging auch nicht so schön durch wie ich es mir erhofft hatte hätte einfach in die unterwanne reinschießen können dann wäre es ein sicherer pen shot gewesen jetzt bewegen wir uns natürlich nochmal ein bisschen hier und die ism dort hinten kriege ich nicht gepennt also war alles nur roter pen marker jetzt bauen sie doch wenigstens mal was hier 3000 bounce bis jetzt das frag ist halt perfekt für uns hier um hier drauf zu arbeiten aber wir haben nur noch 400 lebenspunkte oder 487 also ein weiterer schuss von der so ein weiterer pen und wir sind raus aus dem ganzen da ist wieder ein bounce da wieder ein pen ich muss mich zurückziehen jungs hilft alles nichts ist mir ein bisschen zu riskant das ganze hier jetzt schon auf 180 hp runter ist halt nicht so geil warum der prototyp jetzt hier so faxen macht chat weiß ich auch nicht aber gut den nehmen wir doch mit den nehmen wir doch danken mit 900 damage 4200 bounce also turm ist erst beim achterbereich okay also dass wir hier teilweise pen shots drauf haben ist natürlich nicht so cool weil ich glaube hier ist so ein bisschen der weak spot seht ihr das oben überhalb von diesen ja zusätzlichen panzerungen die aufgebracht sind da könnte der weak spot sein der scorpion ist dort offen ziehe ich mich jetzt wie gesagt raus weil ich keine lebenspunkte mehr habe ganz schnell ist auch man td auf he und er bombt mich einfach hier raus das möchte ich nicht hier kann ich gut spielen gun depression hatte aber was jetzt noch das besondere bei diesem panzer ist das habe ich gerade nämlich auch so ein bisschen nachgelesen ist wohl dass er teilweise manchmal noch schneller nachlädt aber wie und warum wenn wir x drücken passiert nichts kann ich euch leider nicht beantworten warum wieso weshalb jetzt sind wir noch hier die letzten überlebenden die hier stehen und warten gerade darauf dass wir sterben war wieder mal eine standardrunde in world of tanks vier minuten 15 und es steht 6 zu 10 die runde ist praktisch schon durch warten auf den tod spottet und sogar der t77 hat mich penetriert ich glaube er hat mich so ein bisschen hier seitlich am turm getroffen also erste runde wir haben gesehen dass die kanone nicht unbedingt so zuverlässig ist relativ lange zum einzeln braucht obwohl wir die schon extrem eigentlich gepostet haben mit dem equipment dann haben wir gesehen der turm ist teilweise solide teilweise aber auch relativ easy pennbar wir haben 4700 bounce geschafft das ist da auch mal eine gute hausnummer in dem 8er medium was haben wir noch gesehen also wir haben auf jeden fall das dreifache gerade an strukturpunkten gebounced heißt also wir haben 1400 es werden dann 2800 und dann sind wir doch auf jeden fall drunter also sogar drüber dementsprechend haben wir das dreifache gebauen also turm ist okay geschwindigkeit nicht so schnell und nachladegeschwindigkeit von 10 sekunden ist ja auch mehr als out of meter dpm hat er kaum bis gar nicht weil wir überlegen mal für den letzten schuss 15 sekunden für den allerersten 15 sekunden und für den letzten dann dementsprechend 10 sekunden und das ist doch meiner meinung nach in dem ja aktuellen meter wo alles schnell ist man muss schnell schießen können einfach uneffektiv also bis jetzt erstmal ja der daumen nicht ganz runter sondern mittelmäßig vielleicht hat er potenzial aber I'm not true about it boys steigen wir rein in die nächste runde gucken uns das ding nochmal an ja war auch nicht so die top leistung von uns muss man ganz ehrlich sagen zwar toll gebounced aber das war's auch rin in die nächste runde das sieht doch erstmal schon mal generell lecker aus also wir haben hier ein reines 8er und 7er match ohne arty mit insgesamt zwei lights dem sp1c und dem t71 die beiden ok finde ich gut also was natürlich schön ist wir haben hier die halterposition da können wir gut hinfahren und der turm scheint gut zu sein und wenn wir da irgendwie ein bisschen raus profitieren schauen wir mal aber kriterium 1 aim time genauigkeit schmutz und natürlich auch die nachleidezeit bis jetzt schmutz ob das ding geschwindigkeitstechnisch mithalten kann können wir jetzt ja gleich mal im vergleich hier sehen also geschwindigkeitstechnisch finde ich ihn erstmal gar nicht soo schlecht muss ich sagen ich habe auch schon mal auf tanks tg geschaut wollte das ding eigentlich ganz gerne mal vergleichen aber da war nichts zum vergleichen also den habe ich leider nicht gefunden den bisonet c45 so heißt der wenden ist natürlich ein bisschen schwieriger mit dem Panzer hier also irgendwas hat das hier mit diesem Marker zu tun oh jetzt habe ich verkackt verkackt oh das begrüße ich doch mal sehr gerne hier da ist mir mal einen drin und laden da nochmal nach so jetzt bewegen wir uns erstmal safe wir haben ja von rechts gerade keinen Druck ja also das schöne ist halt die wissen doch gar nicht wie gut oder was das für Werte sind das ist halt ein Panzer der wurde noch nicht gelauncht da weiß da noch kein Mensch irgendwas drüber Fehler von mir gut gemacht vom CS Aua oh oh Freunde also ein weißer Marker verringert wohl den Reload also der Damage ist schon mal ganz nice mein Aim ist nicht so nice so dann haben wir den mit jetzt laden wir wieder komplett nach das ist natürlich immer ach du Alarm was macht denn der N703 hinter mir mir das war so eine potenziell gute Runde und mein liebes Team sagt einfach nö Algo ich muss aber auch sagen ich war so fokussiert auf die drei Mann vor mir ich habe den hinter mir gar nicht rumfahren gesehen dachte mir scheiße 703 der wird doch nicht hinter mir hingefahren sein ja liebes Team korrekte Sache von euch super Support hier an der Stelle naja gut jetzt müssen wir damit klarkommen und was wir jetzt groß gesehen haben kann ich jetzt gar nicht genau betiteln also im Close Combat spielt er sich etwas besser als auf Distanz aber bis jetzt noch kein richtiges Endfeedback möglich das heißt dritte Runde notwendig tja liebe Freunde das Ding haben die Gegner sehr sehr gut runter gespielt wird aggressiv gepusht 703 habe ich auch sehr sehr gut rausgenommen well played an ihn starker Move also auch für seine Prozentzahl hat er sehr gut gespielt obwohl ich als erster rausgegangen bin bin ich hier Top 3 Schaden das sagt doch viel aus aber gut starten wir rein in die hoffentlich entscheidende Runde mal zu sehen wie dieser Panzer ist bis jetzt würde ich sagen noch nicht ganz scheiße aber die Mechanik habe ich bis jetzt noch nicht verstanden liebe Freunde wie das genau abgehen soll ja hier vom Matchmaking auf jeden Fall gut aber wie die Mechanik ablaufen soll also anscheinend ist es so dass man zwei Sekunden vorm Nachladen schießen muss dass man dann schneller aber verstehen oder verstanden habe ich es auf jeden Fall nicht na gut starten wir erstmal rein in Rienberg wir haben ein komplettes Achter Lineup komplett Clear mit zwei Lights am Start hier unten die beiden ELC Even und sonst müssen wir mal gucken fahren wir erstmal in die Mitte keine Artie ist immer nice und fahren wir nach vorne hier ja ja das sieht doch erstmal solide aus der Progetto den können wir gut abnaschen und wir wollen hier mit der Gandhi Pression und natürlich mit der Turmpanzerung arbeiten jetzt achten wir drauf schwarzer Redo und nichts und jetzt ist es weiß jetzt ist es weiß und da hätten wir schon irgendwie einen Bonus auf den Reload gehabt und den nehmen wir jetzt erstmal komplett hier raus so zack ziehen wir uns raus wir haben Objekt 27 4a im Hintergrund jetzt haben wir schon 1000 Schaden also 3 Schuss raus ist ganz gut aber halt der Intra Clip Reload ist halt echt boah tut halt ein bisschen weh jetzt erstmal den Schutthaufen hier versuchen möglichst viel und möglichst weit im Erhalt zu stehen Hä Progetto was gehen ab wir bringen das jetzt mal aus was das heißt den Reload hier das heißt genau jetzt ja und jetzt hat mir das irgendwie gar nichts so richtig gebracht also es ist wohl so liebe Freunde dass man wenn man 2 Sekunden vor dem Reload ist und schießt dass man dann einen schnelleren Reload auf den nächsten Schuss bekommt aber wie müssen wir das denn richtig uptimen ich meine mal ganz ehrlich bringt bringt also alleine also ich würde jetzt sagen ich bin schon ein erfahrener Spieler in dem Spiel aber wie ich es jetzt richtig einsetzen sollte wüsste ich jetzt nicht so jetzt ist es nämlich weiß und dann erhält man einen Bonus auf den nächsten nachzuladenen Schuss also auf den gleichen praktisch wieder hm okay vielleicht habt ihr eine Idee Chat für was man das einsetzen kann schreibt es gerne mal in die Kommentare hm ich bin natürlich jetzt auch schon wieder ziemlich low HP 500 runter also Panzerung hat er nicht außer am Turm alles andere ist ungepanzert oder ziemlich ungepanzert wir fahren jetzt mal nach vorne hier Ungecampe ist jetzt vorbei 3 das piek ich auch mal rein Intra Club Pilot von 3 oh Aua geht auch irgendwie halbwegs klar es war natürlich schöner mit 2 Sekunden oder 2,5 aber wenn es halt nur 3 ist dann ist es halt 3 man kriegt halt mit 2 Clips oder Schaden halt schon relativ hohen Schaden raus also wenn man es schafft einen kompletten Clip zu machen und sich dann noch so einen extra Schuss wie jetzt den auf den ELC und hat man schon seine 3000 das ist generell schön aber um wirklich zu traden effektiv zu spielen ist halt der Reload einfach zu schlecht also man muss versuchen wirklich das Ding voll geladen zu haben und dann hier Abfahrt rein und jetzt kommt er hier um die Ecke dem drücke ich eine und jetzt sterbe ich woher bei uns er ist leer ja das war ja mal Glück und Unglück so jetzt haben wir oben natürlich noch relativ viel den Pershing haben wir oben noch und wer war denn das hier oder andere ELC also beide ELC sind oben hm wenn ich die letzte Runde nochmal so mit dreieinhalb bis viertausend abschließen wird nochmal ganz schön und zwei Kills so jetzt achtet drauf hier wird es wieder weiß zack wird es wieder weiß und jetzt würden wir auf den Bonus auf diesen Schuss bekommen keine Ahnung ob das wirklich so funktioniert und wie das funktioniert jetzt kommt der Bonus wieder und einer hat doch geschrieben dass 90% in World of Tanks es noch nicht mal aufhält dass es diesen Mechanismus gibt und von diesen 10% auch gerade mal 1% das effektiv nutzen kann weil es einfach soo kompliziert ist und da gebe ich auch recht also ich finde es sehr sehr kompliziert und Böshing fahr zurück fahr zurück so wir schießen jetzt mal einfach mal nochmal um zu sehen also es ist ungefähr 40% weniger Reload wenn man in dem Moment schießt dachten wir hier nochmal drauf also 40% waren es wohl wir hatten vorher 10 Sekunden jetzt hatten wir so 6 Sekunden gehabt und wenn man schießt hat man so noch also ungefähr 40% ob das jetzt so stimmt kommen wir an einem Schluss jetzt dann feststellen aber liebe Freunde Alter nur was sollte ich zu diesen Tanks sagen das große Ungewisse das große Fragezeichen eine Meta wird der Panzer sicherlich nicht haben einfach aus dem Grund weil er teilweise ziemlich träge ist und hat eine super schlechte DPM und natürlich auch die Pan ist jetzt nicht so der Burner Erste Gefecht gerade gewonnen relativ okay Damage jetzt mal gemacht Top Damage ja aber ist jetzt auch nicht dass wir sagen können Bruder absolut das Ding hat eine super DPM wo es momentan drauf ankommt auf was kommt es an Panzerung ist erstmal unwichtig wichtig ist erstmal Punkt 1 Schnelligkeit Punkt 2 Genauigkeit und Punkt 3 ist natürlich auch irgendwann die Penetration die bei den anderen Fahrzeugen halt leider deutlich höher ist ob ich jetzt eine Kaufempfehlung geben soll ist schwierig ich würde es einfach so sagen wer den Panzer sammelt oder wer bei allgemeinen Panzer sammelt okay kann man machen wer sagt ich hole mir eher doch nur die wo ich auch wirklich gut mit spielen kann und wo die Panzer die auch gut sind dann würde ich schon sagen lass die Finger weg weil es gibt bessere liebe Freunde Progetto Defender sonstige Fahrzeuge die sind auf jeden Fall besser aber ich muss ganz ehrlich gestehen jetzt von der Bisonette C45 bin ich nicht so ganz überzeugt also ist es weder ist es so dass er sagt es ist ein totaler crap tank er ist total scheiße noch sag ich er ist total gut es ist so ein absolutes Mittelmaß mit eherem Drang zum unteren zum schlechten aber ob der wirklich so schlecht ist müssen mehr Gefechte zeigen das kann jetzt leider nicht die erste Einschätzung hier von mir richten bei einem Panzer guckt man auf die Welle und sieht boah krass aber bei dem anscheinend nicht wir können uns auch mehr die Statistiken nochmal angucken nee ich möchte mir die Fahrzeugdaten angucken Fahrzeugdaten da haben wir es doch sehr schön Gucken wir uns die nochmal kurz an äh technische Daten minus 10 Grad Grand Depression 20 Grad hoch 2,41 Sekunden Zielerfassung 0,8 Steuerung auf 100 Meter haben wir und hier sehen wir nochmal die Zeiten 50,2 30,4 10,7 mittlere Durchschlagkraft 218 aber unsere sind natürlich auch die Panzerung und hier sehen wir es nochmal angeschrägt 185 Millimeter hier also da kann man auf jeden Fall auch schon mit einem höheren Kaliber durchkommen zwar angeschrägt klar aber wenn man hier die richtigen das zum Beispiel das zum Beispiel hier anschießt kommt man durch dann untere Wand ist absolut Butter 135 173 das ist absolut hier easy zu penetrieren nehme ich mal so an ich kann es mir leider nicht auf tanks gg angucken wo ich sonst immer mache und bei dem Panzer erstmal vorher ein bisschen rein ziehe aber ich sag mal so wir nehmen das Ding so hin ich hoffe euch trotzdem hat das kleine ähm ja Gameplay mit dem Panzer gefallen dass das neue 4 was online kommt ich sag lieben Dank fürs zuschauen lasst gerne ein Abo da für weitere Videos um keine mehr zu verpassen in diesem Sinne Ciao Kakao bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal you